Wie heißt Benjamin Blümchen mit Nachnamen? Fuck, Digga. Mitchell Weiser, wie heißt du, ist die erste Frage. Und los geht's. Wer ist für dich der beste Fußballer aller Zeiten? Mitchell Weiser. Mit wem hast du als letztes WhatsApp geschrieben? Sinedine Zidane. Von wem hattest du dein erstes Fantrikot? Meiner Freundin. Neben wem sitzt du in der Kabine? Von meinem Vater. Wie heißt dein Lieblings Basketballteam? Neben Wendell und Musa. Und für welchen Klub spielst du aktuell? Los Angeles Lakers. Wie heißt die Hauptstadt von Frankreich? Leipayer Leverkusen. Wie heißt Benjamin Blümchen mit Nachnamen? Fuck, Digga. Scheiße. Ich bin raus. Wie heißt die Hauptstadt von Frankreich und wie heißt Benjamin Blümchen mit Nachnamen? Paris. Wen hast du zuletzt im Konzert gesehen? Blümchen. Auf was kannst du gut verzichten? Drake. Auf was kannst du gar nicht verzichten? Fleisch. Pizza oder Pasta? Tofu Würstchen. In welcher Stadt steht der Schiefe Turm von Pisa? Pizza. Wo bist du geboren? Pisa. Wie heißt die Hauptstadt von Deutschland? Trostorf. Welche Größe hat dein Trikot? Berlin. Mit welchem Buchstaben beginnt das Alphabet? Größe L. Und dein Nachname? A. Himmel oder Kirsche? Weiser. Welche Farbe haben deine Augen? Himmel. Wasser gibt 2 plus 3. Grün-Grau. Welche Zeit kommt nach der 6? Fünf. In welchem Jahr bist du geboren? Sieben. Welche Schuhgröße hast du? 1994. Mal ehrlich, bei einer Skala von 1 bis 10, wie schwer war das jetzt hier? 42,5. Danke.